Verbraucherschutz ist im Quartier, insbesondere in dem benachteiligten Quartier, besonders wichtig, damit die Bewohner des Quartiers auch Möglichkeiten haben, sich zu Verbraucherthemen und Verbraucherschutz zu informieren und sich adäquate und kompetente Hilfe zu holen, wenn sie diese in Anspruch nehmen wollen. Das Ziel ist erreicht, wenn Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers ausreichend Informationen haben, um diese für sich auch zu nutzen, um diese Angebote der Verbraucherzentralen auch dauerhaft und langfristig in Anspruch nehmen können und immer auch, wenn sie Bedarfe haben, Problemlagen haben, diese auch in Anspruch zu nehmen. Von daher ist das Ziel erst erreicht, wenn wir die benachteiligten Quartiere sozusagen ihnen Möglichkeiten dauerhaft vor Ort anbieten können, ist das Ziel der Verbraucherzentralen erreicht. Die wichtigste Stellschraube für die Verbraucherzentrale im Quartier ist, das große Netzwerk in den Quartieren vor Ort zu begreifen, anzunehmen und mitzugestalten. Die Schulen, die Kitas, lokale Politik, all die Akteure, die vor Ort sind, mit einzubinden und mit ihnen gemeinsam Problemlagen zu erkennen und dann Handlungsoptionen zu entwickeln, um Verbraucherschutz ins Quartier zu tragen.